Guten Morgen! Ich nehme euch heute mal wieder mit auf ein Fotoshooting. Wir fotografieren heute in der Altstadt. Die liebe Laura wird mit ihrer Anju vorbeikommen. Anju ist eine Rottweilerhündin, die wirklich einige Tricks kann. Und wie ihr seht, ich bin schon voll in der Planung. Mal schauen, was daraus wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir sehen uns. Bis dann! Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Aber now should I somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. I don't believe that anybody feels the way you do. Backwards. I do not believe that anybody feels the way you do. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020